Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Night Alone. Wir sind beim letzten Mal bei den Reichsfeldern angekommen. Und da wollen wir uns jetzt... Oh, hi Baby. Weiter bewegen, beziehungsweise weitersuchen. Oh, Basi, du bist hier gerade ein bisschen im Weg, das weißt du, ne? Hallo. Legst du dich hin? Nicht auf die Tastatur, bitte. Oh. Komm, leg dich hin! Nicht? Ist das da oben? Gut, dann bleibt er jetzt aber auch liegen. Ähm, den Mund kennen wir schon. Ich habe die Musik für mich auch leiser gemacht, damit ich hier keinen Hörsturz bekomme. Okay, so, sie geht wieder weg. Ah. Ein Stein. Und ich werde wieder angemeldet. Und ich werde wieder angemeldet. Oh, da ist die Dose. Mit etwas vorbeirüberlaufen. Warte mal. Wo ist denn? Das ist Fragezeichen immer noch deswegen. Ach, nö. Müssen wir uns da jetzt wieder was suchen? Okay. Wir gehen erst mal weiter. Wo kam der denn her? Oh, Mann. Okay. Ähm, da ist ein Geist. Wo auch immer der jetzt herkam, ich weiß es nicht. Aber, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Müssen wir ja zwangsweise. Boah. So, sie hat ihre lustigen Minuten. Oh, ja. Oh. Oh. Okay. Ah, gut. Oh! Was bist du denn? Moldy bread. Okay. Wahrscheinlich habe ich das gerade richtig falsch ausgesprochen. Aber ich will weiter gucken und noch nicht zurück. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum sind hier denn überall Geister? Oh, da ist das Mädchen. Sieht irgendwie aus wie so eine Wasserleiche. Okay. Können wir ihr irgendwie was geben? Nö, anscheinend nicht. Oh, oh, oh. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist doll schlecht. Oh, das ist wirklich doll schlecht. Öß! Da ist noch eine Wasserleiche. Ein Stein. Nein, ich würde da gerne durch. Dann. Oh. Oh, okay, okay. Hahaha, ist das schön. Oh mein Gott, was ist hier denn los? Softwoodenboard. Ah, gut, dass wir noch weitergegangen sind. Oh Gott, ich habe mich gerade selber erschrocken, ey. Bin nicht doof. Was ist dieser schwarze, dieses schwarze Wolf gerade gewesen? Okay, ein bisschen creepy. Ähm, ich kann da aber wieder zurückgehen, oder? Oh. Oh, da ist die Wasserleiche wieder. Hallo. Ah, da. Puzzle-Peace. Ah, meine Güte. Lass das doch sein. Wet Hourglass. Hallo. Danke. Wo sind wir hier gerade eigentlich? Okay, wir müssen... Irgendwie... Da ist er. Ah, ja, meine Güte. Oh, oh. Und wir laufen. Ja, 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 ja. Hey, wie kommen wir denn hier wieder zurück? Kommen wir hier nicht wieder zurück? Ähm, freundlich. Okay, 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 okay. Ähm, da kamen wir nicht zurück. Dann lass uns mal oben wieder lang gehen. Oh, spinne, 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 spinne. Oh, oh Gott, oh Gott. Ja, nein. Ja, ah, nein. Uh, 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 uh. Aber so kommen wir wenigstens wieder zurück. Also lass mich mal kurz auf... Ah, Soft-Wolpe. Okay, so sie erforscht wieder die Gegend. Ähm, was haben wir hier jetzt alles gefunden? Torn Swim Shoe hatten wir letztes Mal wieder gefunden. Siss Shoe haben wir. Blackboard Eraser hatten wir schon, den hatten wir auch schon. Ah, Wet Hourglass. An Hourglass with pink scent. Okay. Doesn't move. Fisch verfillet. Moldy bread. Okay. Ähm. Ich frage mich, wie viele Puzzleteile wir gerade... Eins, zwei, drei, vier, acht, neun. Okay, wir haben nur zwei. Never mind. Ich weiß schon, wie viele wir haben. Okay. Dann gehen wir doch jetzt wieder zu dieser kleinen Brücke hin. So, sie ist ein bisschen am Spielen. Was machst du da? Bippi, Bippi. Hm, hm. Hallo? Nein. Wir spielen da jetzt nicht rum. Du machst nur Getöse. Nope. Und yes. Komm her, Maus, du machst Getöse. Auf geht's. Wir wollen... dahin. Es sieht doch schon recht gut aus. Recht viel freigeschalten haben wir. Ich würde gerne hier noch weiter gucken. War das überall Wasser? Das wäre schlecht. So, wir speichern hier einmal. Damit wir nicht immer noch... hinten laufen müssen. Wie viele Steine haben wir mittlerweile eigentlich? 13. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist das Mädchen wieder. Ich kann nichts machen. Oh lala. Okay. Der Charakter hat sich selber erschrocken. Auf jeden Fall war da gerade so ein... Das war auf jeden Fall ich nicht. Ach du meine Kacke. Uhu. Oh. No. Warum wartet sie sich denn vor mich? Oh, das ist doch fies. Wir haben bald irgendwann so viele Steine. Oh, ich will diesen anderen Punkt aber haben. Was mache ich da bloß falsch? Ah, 15 Steine können wir mitnehmen. Okay. Mist. Ah, warum? Können wir diese Kills, äh, Tode bitte nicht mit reinziehen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, ich bin nicht weitergelaufen. Warum bin ich nicht weitergelaufen? Hm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Warte, vielleicht muss ich ja wieder zurücklaufen. Kann das sein, dass ich zum Schreien muss? Oh. Okay, sie kann nicht über die Brücke. Ich bin nicht mehr. Da nervig. Mann. Jetzt habe ich schon eine Errungenschaft bekommen. Deswegen. Ein Dummy-Table. Ey. Aber ich verstehe nicht, was ich machen muss. Warum tötet die mich andauernd? Warum portet die sich komisch durch die Gegend? Oh. Jetzt habe ich mal ein Bild verschoben. Das ist nervig. Warte, vielleicht kann ich sie mit dem Stein abwerfen. Das habe ich gerade versucht, aber ich habe das falsch geklickt. Oh Gott. Darum ist die denn so schnell dann immer? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich bin weitergekommen. Okay, okay, okay. Hör auf damit! Warum? Ich mag die nicht. Ich mag die eindeutig nicht. Ich kriege das nur irgendwie hin. Ich weiß bloß nicht wie. Kann ich... Kann ich... Mit dem muss ich doch garantiert irgendwas... Oh. Warte mal. Lass uns damit mal zum Schrein laufen. Ich habe doch gerade ein Fragezeichen. Ah. Da ist es halt... Da. Ah. Ja, das brauche ich ja nicht. Und hier kann ich nichts machen. Oder wie? Das finde ich jetzt doof. Ich muss irgendwas mit diesem... Mit diesem... Mit dieser Kette machen. Aber was? Das scheint ja nicht das Richtige zu sein. Hm. Oh. Mein Stein. Oh. Hey, Baby. Warte, wo lang ist es denn kürzer? Da lang. Das geht gar nicht. Die ist so schnell. Komm, lass runter. Das verstehe ich echt im Leben nicht. Ein Versuch noch. Oh ja. Und wenn nicht... So eine Maus dazu muss ich aber weggehen. Die hat uns angespuckt. Ah. Vielleicht müssen wir einfach zur Seite. Aber das habe ich ja immer versucht. Aber die ist so schnell. Ich weiß, ich habe gesagt, ein Versuch noch, aber ich will es noch einmal probieren. Weil ich jetzt weiß, was sie macht. Ah. So schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Mann. Mann. Oh. Oh, nö. Mist, ich muss zurück. Das ist garantiert ein Schlüssel, der mir da noch angezeigt wird. Mit Sicherheit. Ach, Mist. Ja. Nein! Das werden wir beim nächsten Mal ausprobieren. Also, ich weiß es, dass man der Frau entkommen kann. Und wir müssen da garantiert den Schlüssel holen. Ich bin noch gespannt, ob ich das das nächste Mal hinbekomme. Wir werden es sehen. Kino, viel Spaß beim Zählen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt doch eine wunderschöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.